Sie sind Hunderttausende. Diese Leute leben in verschiedenen Erdteilen und haben verschiedene Berufe, Religionen und Einkommen. Sie sind verschieden, aber verfolgen die gleichen noblen Ziele. Es sind Fundraisers des internationalen Wohltätigkeitsprojekts Whole World. Ihnen geht es darum, Mittel für wohltätige Zwecke zu beschaffen, um schwer kranken Kindern, die teure ärztliche Behandlung und Rehabilitation brauchen, zu helfen. Heute laden wir Sie ein, ein Teil unserer Gemeinschaft zu werden und zur Förderung der weltweiten Wohltätigkeitsbewegung beizutragen. Binnen nur einiger Wochen ohne viel Aufwand werden Sie tausende Dollars den Wohltätigkeitszwecken zuführen können. Gleichzeitig damit bilden Sie eine Partnerschaftsstruktur, die Ihnen ein stets wachsendes Einkommen bringen wird. Das Partnerschaft Fundraising beruht auf einem einfachen und effizienten Marketingkonzept. Alle Fundraisers befinden sich in Strukturverbindungen, die von den Teilnehmern selbst gebildet werden. Wenn Sie ein Teil unserer Gemeinschaft werden, nehmen Sie in der Partnerschaftsstruktur des Teilnehmers Platz, der Sie eingeladen hat. Für alle Teilnehmer gilt die Regel, jährlich eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 100 Dollars zu leisten. Ein Teil davon geht an die internationale gemeinnützige Kinderhilfestiftung Whole World. Und ein anderes Teil bekommen die Strukturpartner, die höher auf der Liste stehen, was eigentlich den finanziellen Anreiz für jeden Fundraiser ausmacht. Und zwar 50 Dollars überweisen Sie an die Stiftung Whole World in Form einer Spende für wohltätige Zwecke. 10 Dollars bekommt der Fundraiser, dessen Referenz Sie für die Registrierung benutzt haben. 5 Dollars bekommen die Teilnehmer, die sich in der Partnerschaftsstruktur auf der zweiten, dritten, vierten, fünften und sechsten Ebene über Ihnen befinden. 15 Dollars bekommt der Fundraiser, der sich auf der siebten Ebene der Partnerschaftsstruktur befindet. Wenn Sie wiederum die neuen Teilnehmer in die Gemeinschaft einladen, bilden Sie damit Ihre eigene Partnerschaftsstruktur, die später sowohl die Quelle für Spenden für wohltätige Zwecke als auch die Quelle Ihres persönlichen Einkommens sein wird. Jedes Mal, wenn jemand von Ihren Strukturpartnern eine Spende für wohltätige Zwecke leistet, bekommen auch Sie eine finanzielle Unterstützung. Je mehr Teilnehmer anhand Ihrer Empfehlung registriert werden, desto schneller und intensiver wächst Ihre Partnerschaftsstruktur. Sie bekommen wieder und wieder Geldüberweisungen und gleichzeitig damit wird immer mehr Geld den Wohltätigkeitszwecken zugeführt. Stellen Sie sich vor, Sie haben nur drei Personen ins Projekt eingeladen. Also, 150 Dollars gehen zu den Wohltätigkeitszwecken und Sie selbst bekommen eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 30 Dollars. Jeder von Ihren Nachfolgern lädt je drei weitere Personen ein. Sie erhalten 45 Dollars und die internationale gemeinnützige Stiftung Pole World erhält 450 Dollars. Ferner, Sie kriegen 135 Dollars und für die Wohltätigkeitszwecke werden stolze 1350 Dollars verwendet. Es ist nicht schwer zusammenzuzählen, dass auf sieben Ebenen Ihrer Partnerschaftsstruktur sehr bald über 3000 Teilnehmer da sind, die mehr als 160.000 Dollars für die Wohltätigkeit spenden werden, wobei Ihr persönliches Einkommen 38.000 Dollars betragen wird. Und das alles nur, weil Sie nur drei Personen eingeladen haben. In Wirklichkeit aber können Sie so viele Menschen einladen, wie Sie möchten. Jeden Tag kommen immer neue Teilnehmer in die Gemeinschaft. Ihre Partnerschaftsstruktur wächst rasant weltweit und dieser Vorgang ist nun nicht mehr zu stoppen. Ah ja, wichtig ist, dass, so die Regel, jeder Teilnehmer die finanzielle Unterstützung jährlich leistet. So kommt es, dass Jahr für Jahr immer mehr Geldmittel den Wohltätigkeitszwecken zugeführt werden. Ihr Einkommen wird jährlich erneuert und Sie bekommen wieder und wieder Geld von Menschen aus der ganzen Welt. Heute laden wir Sie ein, ein Teil unserer Gemeinschaft zu werden und zur Förderung der weltweiten Wohltätigkeitsbewegung Whole World beizutragen. Das Gute kommt zurück! Machen Sie mit!